Ich habe gar keine Könntest du eines abgeben, dann Ja, ich weiß, aber ich Ja eben Wieso, ich habe gar keine Ja, ich habe aber 3 Und dann habe ich 1 Denken ist erlaubt Ja, und deswegen sage ich Das war so, weil das du meint, okay Au 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 Warum spielt eigentlich keiner von uns einen Tank Sollte Er macht keinen guten Job dabei Zum Arsch Du warst Arr, seine Mutter Lass mal hier reinlaufen und dann zurück teleportieren oder so, oder? Moment, wir sind da in der Nähe von Ähm Da war was hier Gib mir eine Sekunde Ja, ähm Eine verborgen, eine Bedrohung Ja Mal gleich hier drüben Nicht raus Hab das bald Ja Haben wir, wartet mal Hier gibt es einen zweiten Sieg Sicher für wir gerade sagen, jetzt wo wir keine Wind vor der Presse haben Ja Ne Wir werden noch pflanzen Dann lass halt die Pflanzen auch rein und fehlen, oder? Jo Aufi Psst Unser Tank soll rein Ich hab nur zwei Ich hab nur zwei Die verfehlen mich irgendwie permanent Oh, jetzt nicht mehr Blutbrunnen Ich finde den Blutbrunnen sau cool irgendwie Weil wir es können Oh Ja Du musst noch mal meine Illusion kaputt machen Entschuldigung Das ist jetzt mein dritter Ein Ist-Tan-Schlüssel, geil Uh Bei der nächsten Ist-Tan-Truhe kannst du dann jeden von uns einen geben Dann mach mal alle zusammen die Truhe auf Dann sind wir so Was ist da der Sinn? Es könnten Goldi drin sein und dann Kommst drauf an mit wie vielen Schlüsseln man die aufmacht, oder? Okay Okay Einen Schlüssel, ein Mann öffnen Du kannst nur ein Mann öffnen Ja Oder ein Dietrich, aber den würde ich nicht benutzen im normalen Moment Man kann sagen, hier ein Dietrich Das ist Einfach ein Nein Oh nein Was empfiehlt die für mich? Haben wir uns eigentlich schon überlegt, dass wir zwei Klasse nehmen? Also ich bin ja vollkommen irgendwie Hähnen amputiert Ähm Nekro Nekro da Kommt Monk Kommt gut Ähm Da hast du Bisschen Self-Heal Blah Ähm Valdi kommt auch gut, Alter Dann kannst du Geister setzen Auch recht cool kommt Ähm, Paragon für ein, zwei Schreie macht weniger Sinn Nekro für, wenn's auf Blut Magie geht Ja ich wollte ja hier so Minion Mastermäßig Ähm, verhexonen und klar Ja Entschuldigung Macht noch Sinn Ja Scheiße Kürbiskuchen Hm Ja, ja Töten wir Töten wir jetzt eigentlich alles, was uns so in die Quere kommt oder Bitte nicht Da vorne liegt noch ein nicht identifizierter Steinscherben-Hornbogen Ja Einfach drauf, 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 drauf Hm Hm Er war, die soll ihn aufsammeln Er muss Ähm, war da vorne nicht irgendwo ne Truhe? Ich mein, hier war immer wo ne Truhe Äh Hä Das war die Kostan-Truhe vom ersten Deutschen Fuck Das ist ne questbasierte Truhe, die interessiert uns nicht Lauf ich ein bisschen den Umweg Da liegt ein Messer rum Wo gibt's denn ne Truhe? Ich möchte jetzt so ne Truhe eröffnen Äh Nein Einfach am anderen Muss mich da am Kost kümmern In jedem Gebiet hat's so zwischen drei und fünf Truhen Heißt, irgendwo werden wir eine... Oh ne, jetzt fängt die Scheiß mit diesen Allround-Teilen wieder an Von Dragoras, ich heiße sie Ich mein, jetzt sind sie ja nur relativ putzig und harmlos Nervig werden sie erst später Äh Ja, der Negro, der Heilung braucht Genau Nein Ja, ja Ich bin das wichtigste Mitglied der Gruppe, das ist doch wohl bekannt Hä? Seit wann? Das ist immer toll Mikropult hier Weil sie rennt Hier, was ging's danach Toll Meine Diener machen auch nicht das, was ich will Meine Diener machen auch nicht das, was ich will Die Ja, ich muss mein... ...sier wegwerfen Was will der Elondale von uns? Achja, wir müssen denn nachlaufen, den Fenner Ich bin ein Beauty, Baby Ah Mh Mir ist langweilig Die möchte halbziehen Halbgegessene Stiefel Halbgegessene Stiefel Halbgegessene Stiefel Ne, was? Halbgegessene Stiefel hab ich nicht mitgenommen Aber ich hab sie nicht mitgenommen Cool Das ist der Was denn so'n Speer, Speer? Speer, Speer, Speer So'n Speer, Speer Yay, Scale Hunt Und jetzt kommen wir ins Scale-Gebiet Das passt Ein Collector, was will der? Ja Was kann der? Leute Mh Fuck Alter, schlechte Idee Ich muss dem Elondale nachweisen Nein, nein, nein Der kann nicht sterben Der kann nicht sterben Kann der nicht? Ne, sonst wäre er bei uns in Gruppenmitglieder Hätte der eine Lebensanzeige gehabt, aber Ah Nicht schon ne Weile her Und wenn er stört, dann hab er Pech gehabt Ne, der kann nicht sterben Schau, die Okay, ignorieren den Ich glaub die Mobs hier sind nicht mal Agro, oder? Ähm, für uns schon Warte, lass mal ausprobieren Nö Nicht? Oh geil! Alle töten, das sind seine Aber wir haben doch schon so viele Ähm, der Eisendrachen, der zieht Agro By the way Ähm, wir haben genug Beine Ja, aber es gibt hier hinten einen Collector Der hat coole Waffen für drei Termitenbeine Okay Warum ziehen wir bei denen jetzt eigentlich nicht Agro? Eine Flaschenrakete Ich mein, ein Tars ist ein Ich bin ein Tars Zombie-Mode an Yay, mein drittes Bein Gute Arbeit, Dr. Brandenstein Was bringen eigentlich diese Siegesmarken? Kannst du eintauschen? Ähm, wir sind vom Event, kannst du eintauschen Was waren es 250 Marken gegen die Maske? Ich dann Schlüssel habe ich Cool Ein beflatterter Flaschenbogen Äh, Flachbogen Vier Beine Ist euch eigentlich nicht aufgefallen, dass mein Bogen nicht mal ne Sehne hat? Vier Beine Ist euch eigentlich nicht aufgefallen, dass mein Bogen nicht mal ne Sehne hat? Weil er zwei Stück von mir bekommen hat und die bekomme ich jetzt wieder Los Warte mal Echt? Oh, hier kommt Boss Fight Ja Und das Astralarium Praktisch Wow Ich hab gesagt, lass die Quest machen Mann, bin ich gut Ey, mein Zombie ist grad verrückt Oh Den müssen wir jetzt killen, oh Ups Wie unauffällig Das wird schmerzhaft Welchen von beiden denn jetzt? Hau den Typen weg Beide Ich hab gecallt Dessen Kommandanten Was geht der mit dem? Oh, fuck Hau auf Fuck Das ist Über Es ist dieser El... Elonebell Und jetzt? Der geht ab Ich hab's gesehen Ich hab doch ge... Der ist Level 15, was zur Hölle? So Du bist jetzt gerast Kannst du sein, was die Quest nicht für uns gedacht ist? Danke Achtung Elonebell läuft Amok Ich slow den gleich, dann laufen wir einfach nur rum, okay? Einer von uns läuft jetzt die ganze Zeit nur rum Wow, ich hab kein Mana Koss wird gleich Also, ich nicht mehr Kann ich behaupten, ob wir erraten? Wo läuft Doch, der hat auf meine Minions Er steht nur noch da und macht gar nichts, lol Wenn er fragt, wo diese Minions herkommen, aus mir Nein Hat der Kall sich grad geheilt? Schade Ich lebe, ich muss weg Ja, der wird nur Ziegel der Heilung, so ein Noob Wenn wir jetzt einfach weiter auf ihn draufhauen, das passt schon Wir kriegen den schon noch down Es gibt keine Leichen mehr in der Nähe Kommt schon, der stirbt doch jetzt noch Der Baldi, der wird jetzt gleich selbst umgenockt Nee, kann ich nicht, ich hab noch einen Interrupt-Schuss Ja, ja, Mann Warum gibt's eigentlich ein Level-15er-Mob? Ich muss erstmal jemanden nachmachen Jetzt müssen wir zu der großen Halle der Sonnensperre Ah, laufst du hier rein, oder? Nein, Ascolarium first Ja Woll ich auch fragen Jetzt machen wir eigentlich mal einen Cut Wir haben schon Uhr Moment Ich hab Angst, wenn ich Geldwurst verkleinere Das letzte Mal, als ich das gemacht hab, ist so ein Fraps inklusive Aufnahme abgeschmiert Aber ich glaub so ungefähr ne Stunde bald Warte mal kurz, ich hab ne Uhr Dann können wir hier eigentlich mal den ersten Cut machen, oder? Äh, etwa ne Stunde Da passt doch ne halbe hin Ja Okay Ja Kommentiert dieses Video Wie Outro Soll ich jetzt singen, oder was? Ich nicht Also, wir hoffen unser Video hat euch gefallen Blablub Keks Wir freuen uns über jede Rückmeldung Und, ja Also das Video wird wahrscheinlich bei mir auf dem Kanal hochgeladen Ihr könnt aber trotzdem bei dem Fatal Error mal vorbeischauen Also ihr könnt, ihr sollt natürlich nicht Ähm Einen Link gibt's dann in der Videobeschreibung dazu Tschüss und bis zum nächsten Mal Ihr dürft nochmal Tschüss sagen Yes Du hast, du hast es Ja Ciao zusammen Öh mit öh